Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Weißt du das dein Bruder? Ich glaub schon, ne? Nein, ich bin entschuldig, dass dein Freund durch die lebenden Todes gegessen wurde. Wir können nichts passieren, Ducky. Ich weiß, Lieber. Alles klar. Warum können wir das nicht lesen? Ich würde das gerne lesen. Wir müssen einfach nach Fort Lauderdale zurückkommen. Wir machen unser Schmerz. Hey, Lie. Du hast wirklich den alten Mann gebetet. Ja. Wir haben gebetet, weißt du? Du musst mir nicht sagen, ich war bereit für den Mann. Wir, Kat und ich, empfehlen Sie Ihre Unterstützung. Danke, Lie. Wie ist Duck? Er ist okay. Es war nur ein Schock. Wir sind Glück, dass niemand in den Weg zu kommen. Ich weiß es nicht. 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 Es ist ziemlich gefährlich da draußen. Wir müssen uns warten. Du sagst, deine Familie ist von hier in Macon? Du sagst, deine Familie ist von hier in Macon? Das stimmt. Wo sind sie? Wo sind sie? Wir müssen sie suchen? Ich weiß es nicht. 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 Wir sind einfach gut. Wir sind einfach gut. Wie geht es dir, Duck? Wir haben alle viel durchgeführt. Lee, hast du eine Sekunde? Klar. Oh, sagt er uns jetzt, dass dein Sohn doch gebissen wurde? Oh. Ne, doch nicht. Ich bin panisch. Ich weiß es nicht. Ich bin stolz. Ich glaube. Aber ich kann nicht stoppen sehen ihn in meinem Kopf. Ja. Das ist schwer. Ich habe das Junge. Wir könnten ihn uns wiederholfen. Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Du denkst, wenn du sie zurückkriegst. Aber in einem Moment. Wenn die Dinge wirklich aus der Kontrolle. Du hast keine Wahl. Ich glaube. Ja. Ich versuche es zu lassen. Was denkst du, Doki? Wer stirbt als nächstes? Ich weiß es nicht. Ich schätze irgendwie auf ihn hier. Obwohl ich mir auch gut vorstellen könnte, dass er noch überleben könnte theoretisch. Wenn wir halt schnell genug seine Medikamente holen. Aber an sich schätze ich, dass er hier stirbt. Also Larry, glaube ich, heißt er, ne? Ansonsten... Duck. Duck. Duck oder... Einer von den dreien, schätze ich jetzt einfach mal. Oh, noch eine Batterie. Energieriegel. Ganz viele Energieriegel. Gib mir das Essen. Ist hier eine Batterie? Ne, ne? Ne. Wir haben drei Energieriegel und eine Batterie. Geldautomat. Aber du willst mit Geld in so einer Zeit, ne? Also... Jetzt mal for real. Essensbox. Es ist, dass niemand eine Chance hat, nichts zu verabreden, bevor das alles runterging. Schade. Ist Clementine... Bist du hier unten? Batterie, danke! Die hab ich gesucht. Die hab ich gesucht. Hey, da. Hi. Der heißt auch Glenn! Any word from Glenn? Nothing. Ist er okay? Ja. Ich denke so. Du machst einen guten Job. Ich glaube, es gibt doch irgendwie Zusammenhänge von hier. Also von dem Spiel und der Serie an sich. Also wahrscheinlich ist es einfach nur so gemacht worden, dass es halt so, dass so ein paar Charaktere vorkommen, aber halt... Die eigentlich nichts mit dem Charakter zu tun haben. Oder mit der Serie an sich zu tun haben. Warum werde ich angerufen? Euer Ernst? Ich hab grad angerufen. Ich hab einfach 50 Milliarden Nachrichten gefüllt. Ich hab einfach angerufen. Ich hab einfach angerufen. Ich hab einfach angerufen. Ja, ich hab auch angerufen. Ich werde mich nicht. Ich hab auch... Es ist auch... Aber... Ich habe dir doch oft... Ich denke auch. Okay. So, wir haben Energieriegel. Zack. Gerne Zeit. Ruf mich doch nicht immer an. Wenn die Leute das wahrscheinlich gar nicht hören. Oh, ja. Reden. Ich kenn, ich kenn ihr Gefühl. Ich kenn ihr Gefühl. Ich kann nicht sagen. Du hast dich ziemlich gut behandelt. Wirklich? Ich bin ein Dissaster. Ich kann nicht sagen. Mein Nachrichter war ungefähr fünf Meter weg von mir. Und ich hätte sie gehört, wenn es nicht für den dorken Mann auf der Seite auf der Seite gewesen wäre. Ich bin sorry. Sie war ein Dich. Aber, du weißt. Ja. Oh, Leute. Leute, ich muss mich mal kurz eben hier. Ich muss mal eben meinen Flugmodus reinklatschen. Sehr unglaublich. Auf Landmodus. So. Sorry. Der Typ hat dich gerettet. Der Typ hat dich gerettet? Ja. Kannst du glauben? Das Creeps oder Ghouls oder whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. Du kannst nie sagen, wer die Heroic Ones werden, ich glaube. Er ist kind of cute. In that parent's basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard hitting stuff. Sounds worth it. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead. Alles klar. Noch mal umdrehen. Oh, nein. Okay, und wieder ausfahren. So, noch mal kurz Batterieklapp überprüfen. Ist drin, alles klar. Die waren falschrum drin, alles klar. Ich sag dazu jetzt mal nichts, ne? Repariert. Repariert. Okay. Wenn ich da eigentlich rede, ne, da war nichts. Dort war nichts. Würde ich sagen, reden wir nochmal mit denen hier. W-A-W-A-W-A-W-E-W-S-H-E-U-N-E-U-S-H-E-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U-N-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U-N-E-U. Ich glaube, der Kaffee mehr. Sorry, aber... Der war auch ganz schön krass. He's got a heart condition. He takes Nitroglycerin tablets pretty regularly. Ich habe ein paar schlechte Angelegenheiten gesehen, die er nicht überrascht hat, und er muss nach dem Krankenhaus gehen. Ja, das ist nicht wirklich eine Option. Ich versuche ihn einfach zu halten. Er hat eine Temperatur. Ah, fuck you! Ja, er ist nicht so. Es ist nur, dass... Ja? Never mind, ich bin sicher ein guter Typ. Er ist. Er hat nur seine Probleme. Wo ist sie Mutter? Savannah, ich denke. Oh, ihr seid nicht zusammen. Oh, nein, ich bin nicht ihr Vater. Ich fand sie in einer Haus, wenn ich aus Atlanta bin. Sie hat sich selbst überrascht. Ich denke, die Mädchen'in Eltern haben es nicht geschafft. Oh. Ich habe eine Antwort auf die Antwort. Sie waren in Savannah. Sie waren mit der Sitter. Es war nicht gut. Well, sie ist glücklich, dass Sie zu haben. Danke schön. Ich arbeite bei Warner Robbins, der Luftwaffe. Ja, ich weiß es. Pilot? Nein, einfach Mechanical Admin. Ich arbeite mit ein paar Schiet-Heads und Bürokraten all day. Manchmal ein Flugzeug, wenn ich glücklich bin. Du? Ich arbeite bei UTA. Was jemand hier, wenn ihr hier seid? Nein, das Ort war ziemlich wrecked. Wir haben ein paar Schiet-Heads aus der Office. Du? Ja. Ich bin gut. 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 Ich bin tot. Ich bin froh. Ich bin großartig. Ich bin tot. Das ist gut. Ich bin tot. Die turned. Du bist tot. Ich versuche, ein bisschen Rest zu bekommen. Wie kann ich mit diesen Sachen da draußen? Es ist nicht so viel, aber hier. Für den Mann. Oh, danke, Lee. Er hat es geprägt. Das ist süß, Lee. Oh. Oh, Clementine kommt mit uns? Okay. Oder weiß Lee gar nicht, dass er hinter hier ist? Äh, dass sie, was? Dass sie hinter ihm ist, so. Ich kann nicht über sie in hier denken. Ah, doch, ich glaube schon. Also bisher gefällt es mir sehr. Sehr, sehr, sehr. Erste Hilfekasten. Nehmen. Vielleicht ist da irgendwas Nützliches drin. Egal. Immer mitnehmen. Kann man gebrauchen. Ich konnte hier irgendwie reden, oder nicht? Mit irgendeinem... Gehen wir Clementine. Ja, gut. Wie geht's? Okay. Wow. Wie geht's das noch? Vielleicht nicht der dumm. Ja. Wir'll schauen uns auf ihn. Das Ding war in der Seite. Er versucht mich zu erinnern. Ich weiß. Aber du hâtelt. Ja, ich hab. Kannst du es mehr machen? Ich werde dich nicht suchen. Ich glaube, ich werde nicht versuchen. Ich meine, geh die gefährliche. Ich werde versuchen. Gut. Wir werden sie immer retten, auf jeden Fall. Hoffentlich geht es Glenn gut. Er ist was runtergefallen. Sehr nice, ein Hammer. Glaub ich, oder? Oh nein. Ich habe einen Tee gemacht. Ich muss einmal kurz mein Tee, äh ja, Teebeutel wegpacken gleich. Ah! Okay, bitte ohne kleckern. Ah, der Main. Der Main. So. Kann ich den Gehstock mitnehmen, bitte? Nein, was? Ach komm schon, du kannst ihn als Waffe benutzen. Ach man! Ja, das machen wir gleich. Finden wir hier noch irgendwas. Ja, da. Nehmen. Ja, da sind wir. Beziehungsweise Lee. Und sein Bruder halt. Was? Woher kommst du denn her? Ja. Ja. Ich bin Lee Everett. Ja. Ja. Das letzte was wir brauchen ist Drama. Du hast diese kleine Mädchen zu sichern. Und... Schau. Mach mich nicht falsch an das. Ich habe nicht planen. Gut. Weil wenn das länger dauert als ein paar Tage, und du bist ein Detrimmant zu der Gruppe, dann hätten wir ein Problem. Ich höre dich. Ich werde es nur zu mir behalten. Ich werde es nur zu mir behalten. Es geht nicht. Es geht nicht. Alles klar. Wir vertrauen ihr einfach mal. Hoffen, dass das jetzt kein Fehler war oder so. Meine Eltern kamen in hier, hoffen zu überleben. Aber es sieht aus, wie einer von ihnen gehört hat. Ich wusste, ob es mein Vater war. Ich versuche, um ein Heroin zu sein. Oder zumindest einen Protektor zu sein. Ich sollte einen Weg, um diese Tür zu öffnen. Ich sollte einen Weg, um diese Tür zu öffnen. Es ist besser die Tür zu öffnen, hm? Kann ich mir helfen? Das ist besser. Hier geht's. Hier geht's. Watch your fingers in the drawers. Wie geht's? Ja, es ist nicht so schwer. Wie geht's mit alles draußen? Es ist nicht gut. Nein, es ist nicht. Aber ich denke, es wird okay. 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 Here we go. Do you have kids? No. Ui. 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 Ui Twoi Ui. Ich zeige Geschichte und Schreiben und Dinge wie das. Wie, ähm, soziale Studien? Ja, wie das. Du hast nicht meine Frage answern. Okay, ein bisschen weiter. Warum willst du nicht über deine Familie sprechen? Sie haben dich, wie, lieben? Ja, bewertende Part, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.